Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich werde die Petalspielzacke noch reparieren. Und dann... Hauen wir mal noch Plaster rein. Dann haue ich mal die Weizensamen hier noch mit rein. Das heißt, normalerweise solltest du das jetzt bauen können. Ich bin gespannt. Ich auch. So. Ich habe gerade noch alle gesehen. Chickabee an den Katzen aufgefüllt. Chickabee. Dann gucke ich mal, wenn da noch Platz wir haben. Jetzt brauchen wir noch Stein. Convenient, dass hier noch ein bisschen Stein rumsteht. Und ich schon wieder ein Kessel überlande. Killermann hat eine Zweier-Transport. Ich habe auch noch übrigens einen Rubin bekommen. Was weiß ich mal, wenn man da mitmachen kann. Ich werde mal gerade gucken. Dann wird das mal gegen den Lampbein einfach austauschen. Und wird vielleicht mal so ein Chickabee hier rein machen. Mal gucken. Der da ist eigentlich ganz gut für das da. Der da kann kochen. Der will ich auch drin haben. Der kann das machen. Wir bräuchten ja wirklich noch einen, wir bräuchten noch einen Palen. Wir müssen noch einmal das Lager verbessern. Jetzt müssen wir jetzt das Weizenfeld einmal bauen. Nevermind. Ja, das kann man noch selbst. Was? Was brauchen wir noch? Nein. Okay, bei mir bist du wirklich jetzt komplett verbar. Du bist jetzt bei mir nur noch mit den Händen irgendwo so aufhauen. Okay. Naja. Egal. Ich leg den Stein mal hier rein. So, das Weizenfeld ist definitiv etwas größer. Gucke ich mal, ob ich das hier so... Ja, da so hin. ...dann genau pressern komme. Ja. Schön. Jetzt bin ich echt gespannt, ob wir da sehen können. Weil ich wirklich hoffe, dass wir sehen können, ohne noch mal aktiv irgendwie... Ich hoffe es auch. Weil bei dem Lampen hat das auch eigentlich auch mitgefallen. Ja, genau. Ja, nur F's. Ja, nice. Sehr cool. So, dann kannst du losgehen. Die Mülle steht schon. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ich cool. I like. I love it. Oh, sehen. Oh, sehen. Da, 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 da. Äh... Dann können wir jetzt die Pal-Box einmal verbessern. Okay, jawohl. Ich will. Ich will. Ja. Dann machen. Machen sie einmal. Nice. Waffenwerken. So, und dann kann ich nämlich ein... Ach, der wurde, wurde der automatisch hier jetzt reingesetzt, so du es. Achso, nee. Eier, dafür kann man jetzt den da mal reinsetzen, dann kriegen wir ein paar Eier. So, eine Waffenwerkbank. Lass mal gucken. Oh, eine Waffenwerkbank. Übrigens... Braucht noch ein paar mehr Antik-Technologie-Dinger. Waffenwerkbank brauchen Nägel. Eine Gigasphäre. Also, mit einem... Die müssen wir ja auf jeden Fall nochmal machen, den einen Boss. Genau, du willst... Du brauchst den ja auch noch. Ähm, ein Olymp... Magst du das Olympische Feuer? Das ist gelinn. Damit... Äh... Ah, bist du noch kein Level 20? Okay. All right. Dann... Dann... Dann hab ich nichts gesagt. Ähm, ich mach ein paar Nägel. Zehn Stück von was, glaub ich. Ich mach mal 375 gegrillte Bären. Ha, ist jetzt wohl eine Weile geblockt. Okay. Äh, wenn du dann Level 20 bist und das Olympische Feuer machen kannst... Ähm... Dann... Funktionieren die ganzen... Äh, Kochdinger viel schneller. So, wo haben wir denn nicht in so einen Futschdingen? Das ist ein... Was kannst du... Du kannst sogar noch aussehen, ne? Du bist sogar sogar... So ein klein bisschen besser... Lass mal das mit. Lass ich mal noch ein bisschen skiller, damit ich hier auf dem Level 20 komme. Ja. Hey, du musst so ein Lamba herhalten. Okay. Leg mal nochmal ein bisschen Zeug bei mir in den... Oh. Oh, wir brauchen auch nochmal ein Bett. Ein Bett? Ein Pahlbett? Ja. Ja, ein Pahlbett. So, die Waffen. Also, das bedeutet... Ich glaub, wenn ich im Paldex bin, seh ich auch, ob ich die schon... Genau, wie oft ich die schon gefangen hab, rechts und... Das ist gut. Hey! Die Waffenwerkbank. Noch? Die tun alle von hinterm Haus, nur die durch die Wand, wo ich mir helfen. Nice. Äh, noch ein paar Pfeile, ja. Ich hab keine Pfeile mehr. Wie viele brauchst du denn? Ich mach mal einfach... Ich mach mal einfach... Ach. Lass mal gucken hier. Ach so, ist natürlich noch... Ja, okay. Dann verbessere ich die Pahlbox mal wieder, weil die Waffen... Die Waffenwerkbank steht. Nice. Ein... Baue ein Pahlflauschbett. Okay. Ab, pull an. Ein Flauschbett. Was kann das in der Farm machen? Okay. Setz mal so einst da rein. Das kann zum Beispiel nur ein Dings abbauen. Okay. Hm, dann füttern wir den mal gerade. Ich auch noch. Ich auch noch einmal füttern. Ausgehungert. Dieser Pahl ist kurz vorm Burnout. Warum bist du denn ausgehungert? Ach, weil ich die Bären alle in den... Nee, da sind noch... Da sind noch 211 Bären drin. Ach Gott. Ja, dann weiß ich wirklich nicht. Ich dachte nicht, dass ich jetzt... Weil ich die Bären am Kochen bin, dass der dann... Jetzt mal zu essen kriegt. Nee, ich weiß nicht. Er blöde. Endlos Magen. Achso. Wie in den Endlos Magen. Sattheit sinkt und... Der hat ganz viel Hunger. Und der hat auch nur einen HP noch. Oh, warte mal. Ein HP? Der hat wirklich... Also, ich hab den jetzt mal gerade rausgemacht. Der ist schwer verletzt. Irgendwas hat den... Irgendwas hat den HP abgezogen. Ich weiß auch nicht was. Okay. Dann setzen wir einen anderen Frag da rein. Ist halt dann so. So, nee. Warte, der... Definitiv so. Okay. 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 So, zwei Paar Flauschebetten. Kann ich denn... Sind da bei der... Bei der Dingsbergbank direkt was... Waffenmäßiges zum... Eine Muskete kommt erst mit Level 21. Dann kann ich uns eine Muskete machen. Okay. Aber dafür brauchen wir hochwertiges Palöl. Aber dafür müssen wir den... Dafür müssen wir den in Safter bauen. Oh Gott. Mein Herr. Ist nicht. Danke für die Beine. Bitte. Zwei Betten brauchen wir noch. Oh Gott, gucken. Oh, ich hab Blümchen gefangen. Hübsche Blume. Oh, wie schön. Es gibt Blumen in diesem Spiel. Ich hätte ja viel erwartet, aber nicht, dass es wirklich Blümchen gibt. Äh... Stimmt, den Nightwing hattest du noch keinen, ne? Ne. Den hatte ich noch nett gefangen. So, ich geh jetzt einmal das Palo. Was ist das denn? Was bist du denn eigentlich da? Ein normales Pal, nicht, oder? Oh, das scheint... Mit Tat unbekannt. Was? Hä? Äh, wir brauchen zwei Flausche... Wir brauchen zwei Flausche Palbetten, wenn du... Ich stehe gar nicht. Baue Pal-Flauschbett. Mal Strohbett. Mal Flauschbett. Flauschbett. Teppich. Level 24 gibt es Pal-Flauschbett und wir werden angekündigt. Oh, okay. Dann, okay, dann... Oh, oh, okay. Dann müssen wir noch extrem viel... Dann müssen wir noch ein bisschen skillen. Okay. Passt. Gott. Da hast du aber ein paar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Was droppen die so? Mittelgroße Pal-Seele? Uh. Uh, was haben die denn da Schönes gedroppt? Was? Warum steckst du das Pangolett? Du bist ein Level 15er Pangolett. Bitte wegmachen, das verliert schon wieder alles aus seinem Innentar. Und langsam kann ich erkennen, welches das ist. Das hier. So, das kommt jetzt weg. Ähm. Nice. Was haben wir? Oh, ich wollte noch Stein. Ich brauche noch ein wenig Stein. Dann bin ich nicht allein. Mit dem bisschen Stein. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Okay, so. Mal gucken. Das da kann nicht dann auch gemacht werden. Mh, okay. Dann brauchen wir auch noch antike Bauteile und alles. Okay. Mittelgroße Pal-Seele. Okay. Ah, da hast du die Dinge reingepackt. Okay. Okay. Oh, bieten. Oh. Aha. Und Medizin. Okay. Äh, dann kannst du noch normale Betten bauen. Okay. Mmh. 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 hallo? ja, warte. konzentriere mich gerade, aber ich habe nicht genügend material, weil ich außerhalb der lagerstätte bin ich muss mir anders drehen ähm, so hier, wo ist jetzt die kiste? das, die kiste wollen wir einmal das da nochmal rein äh kathiva ist schwer verletzt hat schwer verletzt, die statuswerte sind zeitweise stark gesenkt, päpple ihn wieder auf gibt es irgendwas gegen verletzungen? kann man irgendwas an der, das ding ist die schwache medizin, dingsbumsen da, das ding, ah, ah, ah wo ist das lifmonk? das lifmonk will nur hilf dir, komm, helf mit ja, ich bin dabei ich bin dabei dann geht's doch ganz schnell vorbei ist da gerade eine Talz, der gespawnt ja, 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 ich habe, ich habe die Foxy, die Fixy die Fixy greppt das anscheinend aus, oder so cool nimm dir ähm dubioser Saft hm, knochenbrüche IP lassen sich damit nicht wiederherstellen erschöpft oder depressiv warte dann, ähm geh mal hin und hol mal ein bisschen Medizin ich hatte mir hier mal so ein klein wenig Medizin und dann, wer ist das? das ist kathiva kathiva war schwer verletzt kathiva kathiva füttern komm mal her kriegst ein bisschen Medizin nice fun shot dir geht's doch jetzt wieder besser, oder? nope immer noch schwer verletzt ähm maybe muss ich das dann echt hier reinpacken, ne? dann packen wir das hier rein was holen wir denn mit auf unsere Reise? auf welche Reise dann? ne, eigentlich, also nicht mit auf Reise, sondern was, was, was nehme ich denn dann in hier könnte ich doch mitnehmen in hier könnte ich mitnehmen jetzt jetzt bauen wir ein pangulet panzer faust du 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 ähm 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 kästen nicht nebeneinander setzen ist echt ne schlaue Idee was? kästen nicht nebeneinander setzen? was für kästen? achso nicht nebeneinander setzen warum? wenn der eine zu warm hat, hat er der andere zu kalt sehr angekündigt also der andere hat jetzt zu warm der ist sehr angekündigt du kannst nicht gewinnen ja so viel unterschied macht das eigentlich gar nicht also wirklich also ich sehe hier nicht so den krassen unterschied ich gerne hätte äh hätte wir eigentlich den ähm den safter aber dafür bräuchten wir noch mehr dafür bräuchten wir noch mehr dinge definiere dinge äh archi äh antike technologie punkte dann sollten wir vielleicht gegen ein bisschen geraden können schau mal hier so grad die dinger zielsucht sphärewerfer ok ähm gegen einen pinguinischen pinguin ja dann lass einmal schlafen und dann mach mal den noch äh schon 5353 gold heftig das ist aber glaube ich auch gar nicht so unendlich viel glaube ich zumindest möchten sie sich einmal hinlegen dann machen wir den pinguin und dann ähm würden wir für heute schluss machen ja moment ich lege gerade noch noch etwas ich habe noch ein schild gefunden im normalen mhm der von dir oder hast du dir nachgelegt ja ich habe einen normalen schild ich wollte dir noch einen äh dingsschild machen aber dafür brauchen wir 30 paltbrauchstücke die hatte ich nicht so hart nachdem meiner fertig war ohne zu dir na perfekt super 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 dann let's go dann machen wir noch einmal le pinguinboss äh da ok da werden auch goldmützen ausgegraben schöne sache hat auch eben geile ausgegraben ähm hast du ja grüne Welle für mich wünschen wären habe ich warte von mir aus äh ich denke 3 dürften reichen oder mhm da mal so 3 und da oben hin du 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 Wenn auch schon wieder hier so ein Kanti überkommt, ist ja die Arbeit nicht mehr. Was soll denn das da? Hab ich nicht. Ready? Äh, Moment, ich bin noch hungrig. Ich mach mal den da erst mal noch weg. Ja, kann. Äh, hungrig ist mir so dünn, ja, ich bin noch nicht. Den drin. So, ich bin schon drin, warte. Der Ange ist betreten. Okay, okay, okay. 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 Was? Versuch's. Was? Jetzt hau ich noch mit dem Normal aus. Ja, haben wir, aber jetzt schnapp ich mir die Beine hier. Hey! Achso, ja. Kannst auch noch machen, wenn wir wieder rausgehen. Nice. Nein, weg. Doch. Bleib doch! Au! Das macht mir ein wenig schaden. Der ist echt ein starker kleiner Kerl. Boah, ich nehme mir jetzt mal den letzten Grün. Wenn der jetzt wieder... Ne! Nice. So. Hast du antike Teile bekommen? Ich habe gar nichts irgendwie bekommen. Ich habe drei antike Bauteile. Reicht das? Für unser Vorhaben? So, ne, antike Technologie Punkte brauche ich. Achso, ich dachte antike Bauteile. Wollen wir mal einmal noch mal Chillit machen? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, ich gehe nur gerade einmal zurück. Meine Rüstung ist gefährlich. Warte mal. Es könnte sein, haben wir Chillit nicht beim ersten Mal besiegt und gar nicht gefangen? Könnte das sein? Weil ich glaube nämlich, dass wir den wirklich einmal besiegen müssen, um die Punkte zu bekommen. Also, umbringen. Mh. Ach, Brote Arme. Das würde ich das nächste Mal dann mal probieren, dass wir den Ops nehmen. Ich glaube, das geht ja schnell. Was? Ne, Chillit... Ne, in denen ist so jetzt eine Stunde gesperrt. Das geht für alle. Ne, Chillit könnten wir jetzt nochmal probieren, aber ich glaube, Chillit wird halt... Also, Chillit wird halt keine Punkte bringen. Was? Weil da ist ein Haken dran bei mir. Ist bei dir bei Chillit auch ein Haken dran? Ne? Ne? Okay, dann kommen wir da hin. Also doch, da ist ein Haken dran, aber kein, ähm... Ne, statt. Ist egal, wir testen dann. So, ja, genau, da ist nämlich ein Haken dran. Deswegen, ähm... Bei dem Pan-King ist bei mir nämlich kein Haken dran. Bei dir kein Haken dran? Ne. Ist bei dir dann ein Haken bei dem Pan-King? Ja. Okay, wie viele Technologie-Punkte hast du denn? Einen. Und du hast schon einen ausgegeben für den Brutkasten, gell? Oh. Ja, ich hab nämlich keinen. Ich hab keinen Technologie-Punkte und ich hab nur einen ausgegeben für das Hinterhaken-Ding. So, bei dem... Warum musst du bei dem Pan-King-Punktein bekommen? Ja, weil der bei mir nicht abgeschlossen ist. Weiß nicht warum? Da müssen wir den Pan-King noch einmal umbringen. Geht doch nicht. Da müssen wir noch eine Stunde warten. Ja, aber dann das nächste Mal. Ja, ja, genau. Genau, dann müssen wir den nämlich einmal... Dann müssen wir den einmal hops nehmen. Okay. Ich bin mal grad bei Chillit. Ja. Warte. Komm. Hör auf. Hä? Ich bin... Jetzt bin ich schon dabei. Jetzt muss ich, weil... Ah! 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 Ich warte. Ich warte. Okay. Ich versuche auszuweichen. Du wirst falsch. Orientierungssinn ist weiter und... Aua! Aua! Ja. Jetzt ist Schluss. antike bauteile kriegen wir auf jeden fall dann immer aus denen raus das ist gut die kann man aber glaube ich auch fangen so dann gehe ich hier noch einmal zurück und dann wäre ich nämlich ich nämlich durch hier ist ein nightwing oh ja wir sind nicht durch jetzt nicht töten okay fight catch it nice okay einfach direkt die dicke ausgepackt nice sehr cool sehr sehr cool dann mache ich dir nämlich auch noch dann mache ich hier auch noch einen sattel für den und mir irgendwann noch die pangulettpanzerfaust okay den sattel mache ich dir dann das nächste mal erinnere mich dran okay mach ich hör mal ich will hör mal aber hör mal aber hör mal aber herrlich sehr schön wo bist du lagerhaus what the f will ich wissen warte warte ah nee wenn ich renne wenn ich renne geht nicht okay warte ich will einmal ausprobieren wenn sie wieder geladen hat wie lange dauert es ah das dauert zu lange okay das nächstes mal habe ich das nächste mal ausprobiert ja ich habe jetzt eine pangulettpanzerfaust wir kommen voran dann nächstes mal gibt es die pangulettpanzerfaust gegen weiß ich nicht dann ah wir haben noch den wir haben noch den dungeon ne den können wir in den dungeon vielleicht reingehen wenn wir in den dungeon reingehen und dann äh würde das auf den boss ausprobiert die gute pangulettpanzerfaust haben wir jetzt eigentlich schon ein bisschen Weizen gemacht vielleicht mal einer Mühle nach Bewässerung fehlt noch ne normalerweise müsste das ja glaube ich wenn dann in die kiste gelegt werden vorbei könnte natürlich sein ja okay haben wir es schon ja wir brauchen nur jemand der bewässert cool angulett meldet sich nice angulett meldet sich ja hier fuck kann das auch fuck kann auch bewässern nice gut okay dann sind wir Freunde wieder durch jetzt einmal ab vom Kredelbildschirm nice okay dann äh für alle auf äh youtube ver das kommt wie immer auf youtube ver und ähm vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten mal und wir sehen uns dann beim nächsten mal